Oh Mann, das nervt echt. Ja, total. Wieso müssen wir immer alles sauber machen? Keine Ahnung, das ist total nervig. Oh Mann. Die Majestätisch schlafen. Wo ist eigentlich Arald? Hat Abby doch gestern gesagt. Er ist nach Fuerteventura geflogen. Zu Fuerteventura was? Keine Ahnung. Guten Morgen. Dina, ein Frühstück bitte. Ich mache dir doch jetzt nicht auch schon wieder Frühstück, Abby. Oh doch, das wirst du. Ich möchte Kaviar. Und ich gehe jetzt erstmal schön baden. Schmuck ablegen. Und in den Whirlpool. Sarah. Was ist? Oh, du bist im Whirlpool. Cool, ich komme auch rein. So erfrischend. Du meinst so schön warm. Ja. Ich mache dir doch jetzt nicht K-Dingsbums. Das ist ein Kaviar. Keine Ahnung. Dann lass uns mal putzen. Okay. Ich fege ein bisschen. Betten machen. Ich mir den Kühlschrank mit Waschpulver ein. Und ich wasche. Das ist echt nervig. Der ist noch nicht ganz sauber. Wasser einmal nochmal tunken. Und abwischen. Jetzt glänzt der Kühlschrank. Ja. Chloe, kannst du bitte etwas? Ah ja, gut. Danke. Und. Wisch, 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 wisch. So. So, Abby. Hier, deine Sonnenbrille. Danke. Oh, falsch herum. Schussel. Danke, Sarah. Hier, das ist wohl deine Haarspange. Habe ich nur versehentlich in mein schönes, geflochtenes Haar getan. Ja. Ja. Und jetzt möchten wir unser Kaviar frühstücken. Wir wissen auch noch nicht mehr, was das ist. Ich zeig's euch. Wir haben kein Kaviar mehr und generell nicht mehr viele Lebensmittel. Das ist eine Katastrophe. Ihr müsst für uns einkaufen gehen. Wir gehen doch nicht für euch einkaufen. Billy, besser einkaufen als Fingen. Billy und ich machen das. Genau. Na komm, Greta. Ja, auf jeden Fall. Ja, lasst uns hier lang schön in den Stich. Wissen wir. Tut uns leid. Mhm. Na komm, Billy. Ja, und denkt ans Kaviar. Und nehmt verdammt nochmal euer eigenes Geld. Klar. Oh Mann. So. Wir suchen jetzt erstmal alles ab. Weißt du, was Kaviar ist? Ne, lass uns den Verkäufer fragen. Alles klar. Dann los. Guten Tag. Guten Tag. Wir suchen Kaviar. Kaviar haben wir leider nicht. Oh, kein Kaviar? Ja, dann müsst ihr in das Restaurant gehen. Was? Aber da ist doch Kaviar viel zu teuer. Dann tut uns leid. Hm. Das ist doch total gemein. Müssen wir jetzt in ein teures Restaurant gehen, wo Kaviar irgendwie 30.000 Millionen Euro kostet? Keine Ahnung, aber es ist unser Geld. Lass uns davon ein anderes leckeres Frühstück kaufen. Das schmeckt denn majestätisch doch nicht. Die brauchen immer nur das Beste vom Besten. Na und? Uns schmeckt es doch. Und es ist unser Geld. Wir dürfen bei ihnen unterkommen. Ja. Und müssen keine Miete zahlen. Ja, aber ihr Haus putzen. Und sie bezahlen es dafür nicht. Also. Stimmt auch wieder. Nehmen wir Donuts und Kuchen. Ja, lecker. Und noch Schokomilch und Orangensaft zum Trinken. Orangensaft brauche ich morgens. Und Chloe liebt Schokomilch. Und ich auch. Ich auch. Alles klar. Ich wäre noch für Müsli. Müsli ist lecker. Die mit den Beeren. Die hatten so Crunchies drin. Ja. Ein oder zwei Verpackungen. Was ist das denn für eine Frage? Zwei natürlich. Mhmm. Mir läuft schon das Wasser an uns zusammen. Reis brauchen wir, denke ich, nicht. Das war's. Noch Marmelade? Na gut, Marmelade geht immer. Und Lollis? Lollis gehen auch immer. Dann nehme ich mal zwei weg. Ich mein, Lollis sind Lollis. Guten Tag. Wir... Ja? Oh, guck mal, Billy, da draußen. Was ist denn da? Da ist ein Vater. Mit Kindern. Oh, die lachen zusammen und sind auf dem Spielplatz. Lass uns mal genauer gucken. Oh, jetzt schenkt der Vater ihnen ein Eis. Billy, wir dürfen nicht nur tatlos zusehen, während das alles passiert. Das geht doch gar nicht. Du hast recht, wir müssen Papa holen, als ob er da alleine von kommt. Ja. Wir möchten das bitte liefern lassen. Alles klar. Ich kann ja auch, Mutter. Genau. Liefern lassen, bitte. Komm, Greta, wir holen jetzt Papa. Von dem Geld kaufen wir uns unsere Fahrkarte. Wir können schlichtig nicht tadellos zusehen, während Papa da wegkommt. Er hat schließlich kein Geld und kommt da nicht alleine weg. So, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen. Ja. Hm. Die Lollis sind wahren echt lecker. Ja. Hm. Komm. Ja, ich komm schon. Na, komm schon. Ja, aber ich hab einen Plan. Wir dürfen das Geld nicht für die Fahrkarte ausgeben. Wir machen nicht was anderes. Okay. Und wie? Ich hab eine Idee. Nicht einsteigen, Billy. Wir brauchen noch unsere Fahrkarte. Nee, nee. Die Fahrkarten, Geld, brauchen wir noch für was anderes. Mach mir nach und weine. Weinen? Los, weinen. Äh. Okay. Entschuldigung, unsere Familie. Sie, sie ist mit dem Zug davon gefahren, zu den Salatlande. Oh, ihr armen Kleinen. Ich nehme euch auf meiner Gruppenfahrkarte mit. Ihr armen. Ihr habt eure Eltern aus den Augen verloren? Ja, genau. Ja, genau. Die sind bis ins Salatlande gefahren. Oh. Dann setzt euch. Danke. Billy, es funktioniert. Perfekt. Oh, es hat angehalten. Vielen Dank. Tschüssi, tschüssi, ihr beiden. Ich wünsche euch noch Glück. Danke. Ja, es hat funktioniert. Wir sind an den Salatlande. Aber wofür brauchen wir denn das Geld? Für eine andere Fahrkarte zurück, natürlich. Mit Papa. Oder er hat ja kein Geld. Nur unsere Schlüssel. Stimmt, hast recht. Oh Mann. Ich sitze hier. Groll mir Marshmallows. Hab keine Ahnung, was ich tun soll. Hm. Schon jetzt schon drei Tage. Das ist einfach starker Willenkang. Billy, du musst das Ruder gerade halten. Probier ich doch. Mist, das Wasser ist ja eiskalt. Na los, schnell. Ja, das ist Ufer. Ich sehe da was. Komm mal mit. Papa. Oh, Kinder. Was macht ihr denn hier? Wir sind gekommen, um dich zu holen, Papa. Oh. Ihr habt mich ja so vermisst. Ich euch auch. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich euch danken kann, dass ihr mich geholt habt. Ich wäre, glaube ich, ohne euch nicht mehr allein nach Hause gekommen. Oh, ich bin ja so dankbar. Na komm, Papa. Wir fahren wieder nach Hause. Wir haben nämlich Geld für eine Fahrkarte. Prima. Wir müssen nur ein paar Meter schwimmen. Komm, Papa, setz dich ins Boot. Und was ist mit mir? Mit der Hälfte wechseln wir ab, Greta. Die Ruder sind nämlich kaputt. Okay. Okay. Schiebst du uns an? Okay, nach der Hälfte wechseln wir. Alles klar. Und los. So. Ich danke euch nochmal von ganzem Herzen, dass ihr mich hier weggeholt habt. Ja, wir sind doch Kinder da. Ach, ich habe euch ja so lieb, ihr beiden. Und ich freue mich schon richtig auf die anderen. Oh, hört mal. Nächste Artestelle. Creator Campus. Wir müssen aussteigen. Wenn der Zug anhält. Ja, er hat angehalten. Los, raus mit uns. Und diesmal schwerst du dich nicht auf der Toilette ein. Im Zug gehe ich nicht mehr auf die Toilette. Wenn doch, dann hole ich einen Wächter, der vor der Tür steht und warnt. Du hast ja zum Glück ein ganzes Security-Team zu Hause. Ja, das stimmt. Ich habe eine Menge Kinder. Eine Menge toller Kinder. Ich bin so glücklich. So schön, wieder zu Hause zu sein. Und du hast den pinken Koffer. Ja. Da wird sich Mama überfreuen. Wie ist der denn zurückkommen? Erzähl ich euch. Oh Mann. Die Zlinge sind jetzt schon den ganzen Tag weg. Oh, es hat geklingelt. So. Mama, Papa ist wieder da. Papa? Tobi. Wie ist das denn jetzt los? Krass. Papa? 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 Wir haben Papa zurückgeholt. Wie toll. Ich bin noch richtig geschockt. Los, ab nach Hause. Ich habe die Schlüssel. Ja. Los. Abmarsch. Die Peach ist verlassen das Haus. Das gibt es doch nicht. Mama. Papa. Wie sieht es hier denn aus? Es ist ja noch gar nicht alles sauber geputzt. Das gibt Hausarrest. Das war der schönste Urlaub der Welt. Machen wir ein Abschiedsfoto. Okay. Drei. Zwei. Eins. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.